So, hier ist wieder Papa Schlumpf aus Altena. Wie gesagt, nehmen wir jetzt an ein Gewinnspiel hin. Bald werdet ihr erfahren, wie dieses Gewinnspiel läuft, wie ihr daran teilnehmen könnt. Nummer 1 ist, ihr müsst Abonnent sein. Das ist schon mal klare Voraussetzung. So, wie ihr wisst, haben wir hier drin Agenin und zwei DVDs, die wir schon mal drin haben. So, jetzt zeige ich euch, was noch dazu kommt. Ein Olymp-Shaker. Ein Olymp-Shaker, wo ihr auch Kapseln reintun könnt. Ihr werdet bald wissen, warum ihr so viel Shaker braucht. Einmal Kreatinpulver. Kapselboxen. Kapselboxen. Diese Kapselboxen nehme ich zum Beispiel für meine ganzen Chips. So, und als Gratis gibt es noch ein paar Trainings-Lappen und noch ein paar Proben. Profimast, Keatin, Isoplus, BCAAs, Strong Protein und noch eine Tüte Massaker. Aber da kommt noch viel, 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 viel mehr rein. Also, bleibt auf Sendung, werdet Abonnent und dann wisst ihr, wie ihr bald an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Bis bald, euer Papa Schlumpf aus Altena. Guckt euch mal meinen Bizeps an. Ich habe mir das. Ich habe mir das.